Mein Name ist Sascha Rabia und es ist bald wieder Wahl und die Parteien überlegen, wie sie in Zukunft das Thema Altersvorsorge lösen wollen. Da gibt es einige Parteien, die sind eher für mehr Staat. Es gibt andere, die sind eher für mehr Privatwirtschaft. Und im Bereich der Altersvorsorge hat der Staat gezeigt, dass er es nicht kann. Der Staat hat gezeigt, dass er es nicht kann, dass er nicht verantwortungsvoll mit dem Geld seiner Bürger umgehen kann. Übrigens nicht nur bei der Altersvorsorge, auch bei Wohnbau und anderen Unternehmen. Immer dann, wenn der Staat beteiligt war, ist es schlechter geworden. Und insofern, lieber Staat, alte die Finger raus aus der Altersvorsorge, sonst wird es böse enden für die Menschen. Und insofern bin ich dafür, das privatwirtschaftlich zu lassen. Die kapitalgedeckte Altersvorsorge ist wichtig.